Ja und herzlich willkommen zur Demo von TaxiRush, zur nächsten Demo vom Steamnextfest. Was mir schon gerade aufgefahren ist, der Menü-Song hier im Hintergrund ist bezogen aufs Spiel. Von daher denke ich, dass das irgendwie mit Zuno oder Udeo Music gemacht ist, also mit der KI. Hört sich zumindest auch ein bisschen so an. Auf jeden Fall starten wir jetzt mal mit dem Spiel und schauen uns das Ganze an. Ich glaube, es könnte ein bisschen... Okay, irgendwie wird mein Controller hier nicht im Menü. Ich glaube, es könnte ein bisschen Richtung Crazy Taxi gehen. Wollen wir mal schauen. John Dorito. Diese Namen, Lord statt Ford, Lamborghini statt Lamborghini. Mal schauen. Ich glaube, an Crazy Taxi kommt nichts ran. Denn das war schon legendär. Ich glaube, es geht erst. Short, or long, because I love to chat. Okay. Erstmal ist es ziemlich laut auf meinen Ohren. Könntest du bitte fahren? Hä? Ah. Das ist Crazy Taxi. Nichts anderes als ne. Ziemlich günstige Kopie. Und wer das Original kennt? Ja, schwierig. Ich bin gerade mal ein paar Sekunden drin, und ich muss jetzt schon sagen, es gefällt mir nicht wirklich gut. Oh my god, drive carefully, please. Hey, taxi! What? Hey, taxi! Hey, taxi! Can you slow down a bit? It's thrilling, but dangerous! Oh my god, drive carefully, please! Ehm, yeah. String is weird. Können Sie bitte losfahren? Hallo? Oh my god, drive carefully, please! Ich hab die Pistons verloren. Ehm, ja. Gut. Die ganzen KI-Stimmen auch, und... Die Grafik, naja. Ich bin ein bisschen... ... ...quer zusammengefüffelt, die sich die nicht liebevoll gestaltet. Ich bin sorry. Das breche ich jetzt schon hier an. Für ein ganz kurzes Video. No. Nicht mit mir. Dann spiele ich lieber Crazy Taxi. Wirklich. Viel besseres Game. Und hat Nostalgie. Wenn man Crazy Taxi schon kopieren will, dann bitte gut. Weil das hat Kult. Zumindest für mich. Ah, ja. Das hier ist absolut gar nichts. Tut mir leid. Find ich gar nicht cool. I'm sorry. Ähm, ja. Ich glaub, das war ungefähr die schlechteste Demo, die ich je immer gespielt hab. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.